Was ist Erziehung? Teil 1. Die Definition nach Klaus Hurelmann. Erziehungswissen.info Darf ich vorstellen? Das ist Sandra. Und Sandra fragt sich, was ist Erziehung? Sandra fragt dafür ihre Lehrerin, Frau Müller. Frau Müller sagt ihr, dass Erziehung auf viele Weisen definiert wird. Heute erklärt sie es am Beispiel von Klaus Hurelmann. Hurelmann definiert Erziehung als soziale Interaktion zwischen Menschen, bei der ein Erwachsener planvoll und zielgerichtet versucht, bei einem Kind unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und der persönlichen Eigenarten des Kindes erwünschtes Verhalten zu entfalten oder zu stärken. Ferner heißt es, Erziehung ist ein Bestandteil des umfassenden Sozialisationsprozesses. Der Bestandteil nämlich, bei dem vom Erwachsenen versucht wird, bewusst in den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern einzugreifen, mit dem Ziel, sie zu selbstständigen, leistungsfähigen und verantwortungsvollen Menschen zu bilden. Für die bessere Veranschaulichung hat Frau Müller ein Schaubild erstellt. Anhand dieser Grafik lässt sich der Prozess der Erziehung einfacher verstehen. Während der Erziehung befinden sich der Erwachsene und das Kind in ständiger sozialer Interaktion. Der Erwachsene versucht, planvoll und zielgerichtet und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und persönlichen Eigenarten des Kindes die Persönlichkeit des Kindes zu entwickeln. Dieser Vorgang nennt sich Sozialisationsprozess. Ziel ist es, gewünschtes Verhalten zu fordern, wie zum Beispiel Leistungsförderung, Verselbstständigung und Verantwortung. Weitergehend stellt Frau Müller klar, dass man Erziehung noch genauer differenzieren kann. Dieses möchte sie jedoch auf nächste Stunde verlegen.